Die Claytech Lehmbauplatte ist eine ökologische Trockenbauplatte aus Lehm. Sie ist seit 1996 am Markt. 2012 wurden für das Klimareferat der Vereinten Nationen im früheren Regierungsviertel Bonn ca. 14.000 Quadratmeter Lehmbauplatten verbaut. Die Claytech Lehmbauplatte bietet besten Schallschutz. An Wänden, Decken und Dachschrägen sorgt sie für ein angenehmes Raumklima. Darüber hinaus ist sie die perfekte Grundlage für nachfolgende, anspruchsvolle Lehmbeschichtungen, zum Beispiel mit Josima Lehm Designputz. Die Claytech Lehmbauplatte besteht aus Schilfrohr, Lehm und einer beidseitigen Jutebewährung. Das Schilfrohr sorgt für niedriges Gewicht. Die Platte misst 150 x 62,5 cm und ist 20 mm dick. Für den Zuschnitt verwendet man am besten die Stichsäge. Befestigt wird die Platte mit Lehmbauplattenschrauben. Dies sind Spax Rückwandschrauben 5 x 50 mm. Die Platte kann auch geklammert werden. Der Stoß liegt immer auf der Unterkonstruktion. Die Fugenbereiche werden sorgfältig vorgenässt. Dann werden die Fugenbereiche mit einer dünnen Schlemme aus Lehmfeinputzmörtel vorgeschlemmt. Die spezielle Claytech Fugenarmierung aus Flax wird aufgelegt und mit dicker Schlemme satt eingestrichen. Besonders die Randbereiche des Gewebebandes müssen gut eingearbeitet werden. Kleine Fehlstellen in der Oberfläche können zugeschlemmt werden. Spalte zwischen den Platten sind vor dem Einbau der Fugenarmierung auszuspachteln. Nach dem Trocknen der Fugenbereiche wird die gesamte Fläche per Sprühnebel vorgenässt. Das Material für den flächigen Überzug ist Claytech Lehmoberputz fein. Der Mörtel wird mit dem Glätter in ca. 3 mm Dicke aufgezogen. Unmittelbar nach dem Aufziehen des Putzes wird die Fläche mit dem feuchten Schwammbrett gerieben. Nach der Trocknung kann der Putz mit Clayfix Lehmstreichputz gestrichen oder mit einer unserer 140 Josima Lehmdesignputzvarianten beschichtet werden. Die Claytech Lehmbauplatte bietet besten Schallschutz. Als erste ökologische Trockenbauplatte aus Lehm und Schilf sorgt sie für ein hervorragendes Raumklima. Das Lehmfinish sorgt für ein natürliches und schönes Wohnambiente, zum Beispiel mit einem der 140 Farbtöne der Josima Reihe. Wenn Sie Fragen rund um die Claytech Lehmbauplatte haben oder andere Informationen über Lehmbaustoffe und Techniken wünschen, rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.